hallo leute wir sind beim flügen was wir sonst nicht machen und hier ist auch mein gesicht damit das glaubt dass ich bin und wir flügen hier nach petersilie die fläche hatte vorher ein berufskollege von mir und wir haben gedacht das wäre relativ grob aber das ist nicht der fall vor allen dingen regenwürmer ohne ende und was man hier auch toll sehen kann wurzelmasse ganz viel wurzelmasse noch mehr wurzelmasse und hier ein riesen trümmer von regenwurm also der boden ist wirklich toll in ordnung eben waren auch noch möwen hier krähen dann auch starre bellen sind sicher nicht aber auch grau reihe ja da drüben steht ein grau reihe weiß nicht ob man den jetzt drauf kriegt manche sagen ja auch fischreier wie gesagt hier ein wunderbares wunderbare flug furche und hier wird dann wahrscheinlich nicht morgen weizen seht